Was ist die Partei-Gründung? Bei Partei-Gründungen in der Schweiz braucht es immer einen äusseren Anlass. Bei der Gründung der Bauern-Partei und später der Bauern-Bürger-Partei war der erste Weltkrieg an der Freisinn. Das war die Partei, bei der Bauern in den reformierten Orten, vor allem heimisch, dass sie sich zurückgesetzt gefühlt wurden und sich vor allem gesagt haben, ihre Interessen werden nicht mehr richtig wahrgenommen von ihren Vertretern in den Parlamenten. Das war der Auslöser für die Gründung dieser Partei. Zuerst im Kanton Zürich, dann im Kanton Bern und später auch im Ahrgau. Der Durchbruch kam vor allem bei der ersten Proporzwahl. Man hat ja gleichzeitig im Jahr 1919 das Parlament mit den Proporzen gewählt. Und das hat natürlich dann für die Minderheitsparteien grossen Aufschwung gegeben. Das war sowohl für die Sozialdemokraten, haben dort gewonnen. Die CVP hat gewonnen und vor allem hat die BGB dort einmal stark gewonnen. Sie ist im Ahrgau die stärkste Partei geworden. Sie ist im Kanton Bern die stärkste geworden. Diese Partei hatte ja lange Zeit ein zeitiges Organ. Eine Zeitung. Und wenn man diese Auseinandersetzungen in den 20er und 30er Jahren anschaut, hat natürlich die Auseinandersetzung zwischen Partei-Presse gewesen. Dann haben sie sofort auch nach einer Zeitung gesucht. und sind dann fündig geworden bei Meffingerhof in Brug. Der hat dann die Brugger Anzeiger rausgegeben und den Hausfreund. Und dann haben sie den Hausfreund als offizielles Organ der Bauern- und Bürgerpartei erklärt. Dann haben sie noch ein zweites Organ mit der Zeit gehabt. Und zwar gab es in Baden die sogenannte schweizerfreie Presse. Also das sind die beiden Anfänge. Die politische Auseinandersetzung ist eben nicht nur im Parlament passiert, sondern sie ist in den Blättern passiert. Die christlich-sozialen, von denen einst ein angesehener aargauischer Politiker schrieb, sie seien nichts anderes als Sozialdemokraten im schwarzen Mantel eines frommen Waldbruders, haben ebenfalls opponiert. Wie sich diese Auffassung mit der christlichen Grundsätze der Familien vereinbaren lässt, müssen wir ihren Akrobatik-Künstlern überlassen. So konnte Herr Regierungsrat Dr. Sigrid sein schiefes Futter flott in seine Ochsenscheune einfahren. Es ist möglich, dass bei der Verfütterung dieses rohfasenreichen Futters da und dort noch Verdauungsschwierigkeiten auftreten werden. Zwischen 1919 und 1930 ist eine härte Auseinandersetzung im Aargau unter den Parteien, auch gegen die neue Partei, die gekommen ist, das ist ganz klar. Was man hat, das möchte man verteidigen und den konkreten Angriff. Und das ist jetzt wieder so. Nach einer ziemlich lebhaften, mit persönlichen Anödereien gespickten Debatte beschliesst der Rat gegen die einstimmige Bauernfraktion eintreten. Es hat die eidgenössische Politik viel weniger in die kantonalen Parteien eingegriffen. Also da hat man sich auseinandersetzt mit der eidgenössischen Politik in der kantonalen Partei, wenn eine Volksabstimmung war. Aber sonst war das nicht so von Bedeutung. Es hat sich auch gezeigt, dass die Schweizerische BGB erst 1936 gegründet wurde. Also viele waren die Kantone. Es war eine sehr starke Standespartei, vor allem im Vordergrund Bauern. Und das Gewerbe wurde dann mit der Zeit immer stärker. Aber das war eigentlich lange Zeit, wenn man die Repräsentanten anschaut oder unsere Vertretung im Grossrat usw. In den 30er, 40er Jahren war die grosse Mehrheit Bauern. In Aargau haben wir den dritten Nationalratssitz in den 30er Jahren verloren, die an die Jungbauer gegangen ist. Das war eine Organisation, die sich junge Parteimitglieder unter der Führung von Hans Müller im Kanton Bern hat sich abgespalten, weil sie das Gefühl hatten, das Establishment der Partei sei verknochen. Es braucht hier etwas mehr Erneuerung, mehr neue Gedanken. Bis, glaube ich, im Aargau ist etwa 1953 der letzte Jungbauer gewählt worden in Russrat. Wir haben im Aargau starke Vertretung im Kanton Zofigen oder im Bezirk Zofigen, Kulm und Lenzburg. Also vor allem hier das bäuerlich ausgeprägte Gebiet. Und diese hat sich dann langsam mit der Zeit zurückgegangen. Aber die Partei hat sich lange Zeit von dem nicht mehr erholt. Das ist zurückgesunken auf dem eidgenössischen Parlament zwischen 21 und 25 Mitgliedern im Nationalrat. Und vorhin waren es über 30. Dann hatten sie eine grosse Diskussion, ob es über harte Tageszeitung noch brauche. Die Bauern hätten ja nicht so viel Zeit zum Lesen. Und das sei vielleicht gut, wir geben die Zeitung nur noch dreimal raus. Und weiter hat man gesagt, unter dem Titel Schweizer Freie Presse können wir auch nicht viel anfangen. Man müsste doch in die Zeitung den Namen der Partei einbringen. Vielleicht in den 60er Jahren hat man dann langsam gemerkt in der Führung dieser Partei, dass die Landwirtschaft immer weiter zurückgeht. Das Gewerbe ist auch nicht gewachsen unbedingt. Und dass dadurch die Basis immer enger wird. Und das ist so, ich würde sagen, was mein Parteisekretariat übernahm hat 1966, ist das eigentlich eine der Hauptarbeiter von mir und von Partei-Präsident Walter Baumann und vom Oberrichter Steinbrück und wie die alles haben wir geheißen. Und das war dann auch ein Punkt, der eigentlich gesagt hat, die Partei muss breiter werden und versuchen, auch andere Leute zuzubringen. Das hat angefangen, dass man versucht hat, auf die Liste Arbeitnehmer zu nehmen oder Freierwerbende. Es war dann noch gut, dass in Aargau Gemeinsparlamente eingeführt wurden, weil mehr Verhältnisse in den Städten fast in Existenz gewesen waren. Lenzburg, Aarau, Brück, Zofi, das waren freisinnige Hochburgen. Und die BGB hatte vielleicht einen oder zwei, also sehr wenige Gemeinderäte. Und dadurch wurden die Stadtpartei jetzt zwungen, wenn sie jetzt eine Liste füllen mussten, noch Leute zu suchen. Und das hat mitgeholfen, dass er da in der Agglomeration von Aarau, Baden, Zofi, genau, wo die Einwohner rot geworden sind, dass er da die Breite gekommen ist. Dann haben wir gesehen, dass die Zeitung immer weniger Abonnenten hat und auf der anderen Seite auch weniger Inserat. Also, dann hatten wir rote Zahlen und dann gab es in Bern oben eine neue Berner Zeitung, das war das Organ der Bernischen BGB. Dann hatte man, dass man die gleiche Abkürzung hatte, NBZ, Berner Zeitung haben wir eine neue Bürgerzeitung genommen. Dann hat man keine Schwierigkeiten gehabt, es war dann die BGB. Ja, das hat alles auch ein bisschen Sinn gemacht. Und der nächste Schritt ist dann der Zusammenschluss gewesen mit den Demokraten. Dort hat man es ja offiziell eigentlich gesagt, wir gehen weg, auch vom Namen her. Dann haben wir eine ständig ausgerichtete Partei zu einer breit abgestützten Partei. Wir haben Arbeitsgruppen gearbeitet und die haben dann ein neues Parteiprogramm erarbeitet. Und dort drin hat man dann vor allem die Gebiete, die gerade dazu mal vielleicht aktuell gewesen sind, aber vorher die Gesellschaft aktuell sind, hat man stärker auf diese. Es ist nicht nur bis zu einer vielleicht Wirtschaft gewesen, die stark im Vordergrund gestanden ist, sondern es sind jetzt auch mehr Bildung gekommen, es sind Fragen der Gesundheitspolitik und so weiter, die Selbstverantwortung des Bürgers. In Vordergrund stehen alle diese Spektren der politischen Fälle drin. Und dann ist die Berner Zeitung eben auch eingegangen. Die hat eine Fusion gegeben hier in Bern, aber am Schluss haben wir ja heute nur noch eine Bund- und Berner Zeitung und hier höre ich das schon ausserhalb vom Kanton. Und dann sind wir eigentlich wieder gleich weit gewesen. Finanziell ist es so klapp, klapp gegangen. Wir mussten immer noch von der Parteikasse Geld einschissen. Und dann hat man gesagt, wir müssten eine neue Lösung suchen. So kann es nicht mehr weitergehen. Die einen hat gesagt, aufhören mit Zeitungen, das bringt gar nichts mehr. Die Zeit der Parteizeitungen ist vorbei, wir gehen gescheider ein Mitteilungsblatt raus. Das können wir selber gestalten und kostet nicht so viel. Und dann hat die anderen gesagt, wenn keine Zeitung mehr ist, dann geht auch die Partei unter. Die Partei braucht eine Zeitung. Und am Schluss hat man den weitergesucht. Und das ist der letzte Akt gekommen. An 1972 war diese Zeitungsherrlichkeit im bisherigen Umfang 10. Und man hat eine Lösung gefunden mit dem Aargauer Taplatt. Und der Aargauer Taplatt hat sich verpflichtet, in alle Zeitungen, die die Abonnenten das wollen, und eine Seite der neuen Bürgerzeitung zu nehmen, die ich redigiert habe. In Zukunft haben unsere bisherige Abonnenten eine Tageszeitung bekommen. Und dreimal in der Woche haben wir eine solche Seite eingehängt, wie das die eine ist. Das ist jetzt die letzte. Die ist der Dierli gegangen bis am 31.1998. Und da heisst es Abschied. Und da ist eigentlich die ganze Geschichte wieder etwas gegeben. Und sowieso musste man das aufgeben. Das Aargauer Taplatt hat angefangen, regionale Ausgaben zu machen. Also hat die regionale Ausgaben Freie Amt gegeben, Brenngarten und so. Und dann hat man gesagt, es liegt nicht mehr drin, vom Aufwand her in sechs verschiedene Titeln nur einen Titel einschieben. Und darum hat man das aufgegeben. Also bis 1992 haben wir noch nicht mehr Kantone im Eidgenössischen Parlament vertreten, weder 1920 oder 1935. Sondern erst 1995. Bei diesen Wahlen hatten wir das erste Mal Leute aus dem Kanton Luzern, aus dem Kanton Schweiz, aus dem Kanton Appenzell. Also neue Kantone, die es früher nie eine SVP gegeben hatte. Und der Anlass war die Abstimmung über den EWR. Da haben sich sehr viele Leute von unserer Basis oder von der Basis in diesem Land sind gegen den EWR gewesen. Die eher erhaltenden Kräfte, und das ist ja die SVP immer abgedeckt, die haben in der Bevölkerung eben nicht zugenommen. Sondern das war immer ein Bestandteil. Darum waren sie vorhin bei der KK, die Konservativen oder Ausgerichteten, und beim Freisinn zum Teil. Und die haben sich eigentlich dort abgemeldet. Und es gab ja noch eine Zwischenphase. Das ist die Autopartei, die muss man auch nicht ganz vergessen. Das war nicht eine Abspaltung der SVP, sondern vor allem freisinnige Leute sind dort weggegangen, weil sie das Gefühl hatten, dass sie zu grün wurden. Heute wird ja gesagt, dass die Freisinn zu wenig grün sind. Darum gehen sie jetzt zu den grünen Liberalen. Also damals war die Frage innerhalb einer anderen. Und darum war die Autopartei. Und das waren alles Exponente innerhalb des Freisinn. Wir haben damals wenig verloren oder fast nichts bei den Wahlen, bei denen die Autopartei zuerst auftreten ist. Aber die Freisinn und die SVP haben da die ersten grossen Verluste eingefahren. Und diese Leute sind nicht mehr zurück zum Freisinn und zum CVP, wo sie hergekommen sind, sondern sie sind dann zu uns gekommen. Das hat auch mitgekommen. Heute ist das Verkaufen der politischen Meinung fast wichtiger als das Entwickeln von politischer Meinung. Es hat sich schon geändert. Also die Medienlandschaft hat sehr viel in dieser Politik verändert. Und sie ist natürlich heute auch, es wird ja immer gesagt, ja, sie können polarisieren, Polen. Es ist einfach auch eine andere Fragestellung von den politischen Themen her als früher. Das muss man schon sehen. Und das verlangt auch eine andere Antwort von Politikern und eine andere Art von Politisieren. Wenn man zurück schaut, in den letzten 20, 30 Jahren, hat sich eben auch etwas anderes abgezeichnet. Der Freiraum vom einzelnen Menschen ist kleiner geworden. Ich sage immer, wenn ich mich zurückgründe, ich bin nicht mehr der gleich freie Mensch, wie ich gewesen bin, als ich in die Politik heintrafen bin. Das ist jetzt vielleicht auch etwas überspitzt gesagt, aber wenn ich denke, wirst du dich, dass wir überall eingegangen sind. Und da gibt es eine Gegenreaktion. Und das ist auch etwas, was die Partei gut aufgreift und sagt, haben die Sorge, die persönliche Freiheit, die ist wichtig, die kann nur begrenzt werden durch die Freiheit vom Anderen, aber nicht durch all diese Konstrukte von Gesetzen und Zeugen und Paragraphen. Und das hat natürlich seine Auswirkungen später auch ins wirtschaftliche Tun vom Einzelnen. Masch ... ... ... Vielen Dank.